Wie Sie einen zu hohen Blutdruck erkennen und was Sie dagegen tun können, darüber referiert Prof. Dr. Med. Christian Schmid. Er ist Kardiologe und Sportmediziner an der Klinik Hirslanden und am Universitären Herzzentrum in Zürich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Warum ist Ihnen bewusst, dass rund die Hälfte, 50% der 50-jährigen Menschen auf dieser Erde einen erhöhten Blutdruck haben? Meine Damen und Herren, es ist Ihnen bewusst, dass wenn der Blutdruck erhöht ist und wir diesen nur gering senken, sagen wir um einen Millimeter Hg, wo der Blutdruck zu hoch ist, das Risiko für einen Schlaganfall bis zu 3% sinkt. Bei 10 Millimeter Hg wären das 30%. Ich glaube, das sind eindrückliche Daten, eindrückliche Zahlen. Und ich freue mich in den nächsten Minuten etwas über die artielle Hypertonie, über den Bluthochdruck zu erzählen. Ich möchte das tun, indem ich Ihnen zwei Patientenbeispiele aus meiner Sprechstunde, nicht fiktiv, sondern echt. Ich habe natürlich den Namen geändert, vorstellen möchte. Sie werden uns begleiten in den nächsten Minuten und ich werde immer wieder darauf zurückkommen. Und am Schluss werden wir auch mit diesen Patienten schliessen. Die erste Patientin, nennen wir sie mal Frau Müller, ist 42-jährig, sehr sportlich. Sie kommt in meine Sprechstunde mit einem unklaren Leistungsknick. Sie ist weniger fit, weniger leistungsfähig. In Ruhe finden sich normale Blutdruckwerte, aber als ich sie belaste auf einer Fahrradergometrie, steigen die Blutdruckwerte sehr, sehr hoch, bis auf 240 auf 110 Millimeter Hg. Der zweite Patient ist etwas älter, ein Mann, 64-jährig. Wir nennen ihn mal Herr Mayer. Herr Mayer kommt schon mit erhöhten Blutdruckwerten. Er misst die immer wieder zu Hause. Sein Apotheker hat die erhöht gemessen. Und Herr Mayer ist übergewichtig. Er treibt wenig Sport. Sein Zucker ist erhöht im Blut. Und er kommt in meine Sprechstunde, um eben diesen Blutdruck zu behandeln, behandeln zu lassen und sich beraten zu lassen. Ich habe es eingangs erwähnt. 50% der 50-Jährigen haben eine Hypertonie, einen hohen Blutdruck. Das ist unheimlich viel. Und ich bin überzeugt, dass sehr viele dieser 50% der 50-Jährigen in der Schweiz weltweit nicht bewusst ist, dass sie einen hohen Blutdruck haben. Und ich glaube, das ist eine der Kernmessages, auf die ich gleich zurückkomme. Der Bluthochdruck oder eben die arterielle Hypertonie ist eine sehr häufige Krankheit. Man könnte sie auch Volkskrankheit nennen. Und am gefährlichsten, wie gerade erwähnt, ist eigentlich die Tatsache, dass die meisten Menschen, die einen hohen Blutdruck haben, gar nicht wissen, dass sie einen hohen Blutdruck haben. Der Blutdruck ist ständig erhöht, chronisch erhöht. Dadurch kann er Schaden an diversen Organen anrichten. Ich werde darauf zurückkommen in einigen Minuten. Aber ich glaube, das ist einer der ganz wichtigsten Punkte. Sehr häufig und häufig wird eben der Blutdruck nicht erkannt. Die Hypertonie selber wird immer häufiger. Und wenn wir uns die Demografie anschauen, wenn wir unsere Lebenserwartung, die erfreulicherweise immer mehr zunimmt, anschauen, dann müssen wir uns bewusst sein, der hohe Blutdruck betrifft nicht nur ältere Menschen, aber er ist eine Erkrankung der älteren Personen, der älteren Mitmenschen. Und da wir immer älter werden, glücklicherweise, erfreulicherweise, wird eben auch die Hypertonie immer häufiger. Das heisst, die Krankheit beschäftigt uns heute und sie wird uns in Zukunft noch viel, viel mehr beschäftigen. Doch was bedeutet überhaupt erhöhter Blutdruck? Ihnen sind gewisse Zielwerte bekannt, gewisse Cut-offs, die man einhalten soll. Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Es gilt 140 auf 90 als Cut-off. Der Blutdruck drunter ist normal, vielleicht hochnormal, aber er ist noch normal. Darüber ist er aber sicher zu hoch. 140 ist der obere Blutdruck, der sogenannte systolische Blutdruck. Und 90 ist der untere Blutdruck, der sogenannte diastolische Blutdruck. Das heisst, Sie können durchaus einmal einen erhöhten Blutdruck haben, wenn Sie vielleicht ein spannendes Fussballspiel sehen, wenn Sie sich aufregen, wenn Sie gerade von der Strasse reinkommen und messen, vielleicht am Morgen gerade aufstehen und so richtig wach werden. Aber wenn der Blutdruck immer wieder über 140 auf 90 ist, dann sollten Sie sich beraten lassen, denn dann ist wahrscheinlich Ihr Blutdruck generell zu hoch. Ich komme aber noch darauf zurück, wie wir den Blutdruck oder einen erhöhten Blutdruck eben konkret auch diagnostizieren. Am besten, und ich glaube, das weiss jeder von Ihnen aus Erfahrung, messen Sie den zu Hause. Wenn Sie bei der Ärztin, beim Arzt sind, die sogenannte Weisskittelhypertonie, dann ist der Blutdruck sehr, sehr häufig eben hoch. Allein durch die Aufregung, die Anspannung, wie wird denn heute mein Blutdruck sein? Die sogenannte Weisskittelhypertonie, also eine zu Unrecht erhöhte gemessene Blutdruckwerte, betrifft ungefähr 30 Prozent aller Menschen. Also Sie können gar nichts dagegen tun, wenn Sie zum Arzt, zur Ärztin gehen, dann sind Sie angespannt, dann sind Sie nervös. Deshalb soll man sich auf diese in der Praxis gemessenen Blutdruckwerte gar nicht so sehr fixieren. Optimal sind die Messungen zu Hause. Ich sage gleich noch etwas zur Messmethodik. Oder dann gibt es eben auch die sogenannte automatische 24-Stunden-Blutdruckmessung, die Ihnen ärztlich mitgegeben wird. Diese Messungen werden unregelmässig durchgeführt. Und so gibt es dann eben einen Durchschnittswert, auch nachts. Und das ist, wie wir sagen, eigentlich der Goldstandard, die beste Methode, um eben einen Blutdruck zu diagnostizieren oder auszuschliessen. Aber ganz wichtig, Sie sollten sich nicht alleine auf die Blutdruckwerte, die in der Praxis gemessen werden, verlassen. Nun, wie sollte man den Blutdruck messen? Am besten im Liegen, aber auch im Sitzen. Ganz wichtig ist, dass Sie mindestens fünf Minuten wirklich zur Ruhe kommen. Dass Sie nicht aufs Handy schauen, sich nicht ablenken lassen, ganz ruhig atmen und dann eben nach frühestens fünf Minuten den Blutdruck messen. Beidseitig mindestens einmal. Es gibt Unterschiede teilweise zwischen Beinen, Armen, Oberarmen. Gerade beim Thema Oberarmmessungen. Manschetten vom Oberarm sind besser als die Unterarmmessungen. Am besten sogar umgefasst. Es gibt auch automatische Geräte, wo man nicht weiss, wann es plötzlich losgeht mit dem Aufpumpen. Also ganz wichtig, dass Sie sich wirklich ganz ruhig entspannen. Eben liegen oder sitzen. Beine nicht überkreuzen. Man weiss beispielsweise, dass wenn man mit überkreuzten Beinen auf dem Stuhl sitzt, der Blutdruck per se schon einige Millimeter Hg zu hoch ist. Ich habe von der Weisskittelhypertonie gesprochen, sehr häufig. Die Weisskittelhypertonie hat noch einen kleinen Bruder, eine kleine Schwester, und die heisst maskierte Hypertonie. Die ist eigentlich noch viel gefährlicher. Und das ist genau das Umgekehrte. Sie gehen zur Ärztin, zum Arzt, lassen den Blutdruck messen. Und der ist eigentlich immer in Ordnung. Vielleicht so an der oberen Grenze, aber immer normal. Doch die meiste Zeit, wo Sie eben glücklicherweise nicht bei den Ärzten verbringen, ist der Blutdruck zu hoch. Maskierte Hypertonie. Und auch das ist nicht selten. Wir rechnen so 10 bis 15 Prozent in der Bevölkerung ab einem bestimmten Alter. Also denken Sie daran, verlassen Sie sich auch nicht nur auf einzelne Messungen, sondern messen Sie immer wieder regelmässig, um eben auch die sogenannte maskierte Hypertonie nicht zu verpassen. Nun, warum kommt es überhaupt zur Hypertonie, zum hohen Blutdruck? Ich will nicht zu sehr theoretisch werden. Es gibt verschiedene Ursachen hierfür, beispielsweise zu viel Blut, zu viel Volumen im Körper, zu enge Gefäße in der Peripherie. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Ich möchte es nicht kompliziert machen. Merken Sie sich, dass 90, sogar fast über 90 Prozent aller Bluthochdrucksituationen genetisch bedingt sind. Sie können also gar nichts dagegen tun. Früher oder später wird, wenn Sie eine Prädisposition haben, Ihr Blutdruck zu hoch sein. Entsprechend gibt es auch keine Ursachen, die man beseitigen, beheben kann, um eben diese hohen Blutdruckwerte wieder zu senken. Also das ist ganz wichtig. Die Mehrzahlen, 90 bis sogar über 90 Prozent, sind genetisch bedingt. Man nennt das auch essentielle Hypertonie. Die restlichen 10 Prozent, die sind sogenannt sekundär. Sie haben eine Ursache. Und da ist es ganz wichtig, dass wiederum 90 Prozent, also insgesamt 9 Prozent aller Bluthochdrucksituationen, von der Niere her kommen. Also die Niere ist ein ganz wichtiges Organ der Blutdruckregulation oder eben auch als Ursache für den Bluthochdruck. Sie werden entsprechende Abklärungen dann durchführen lassen. Und dann kann entschieden werden, ob tatsächlich eine Nierenproblematik oder eine Problematik der Gefässe der Niere vorliegt. Zu guter Letzt, ganz selten, ein Prozent insgesamt, sind weitere Ursachen. Man nennt das auch hormonell, endokrin. Das geht von sekundären Situationen, wie beispielsweise Alkoholkonsum, Lakritzkonsum ist auch etwas, vielleicht heutzutage weniger häufig, aber auch das erhöht den Blutdruck, Übergewicht, Schlafapnoe und so weiter. Aber ich glaube, die Message ist, die allermeisten Situationen sind wirklich genetisch bedingt und sie können eigentlich gar nichts dagegen tun oder sie sind im Prinzip genetisch dafür vorbestimmt. Und warum ist denn ein hoher Blutdruck überhaupt so gefährlich? Nun, das Problem ist, dass ein hoher Blutdruck, eben wie am Anfang erwähnt, gerade nicht entdeckt über die Monate und Jahre Schäden an allen Organen, oder fast allen Organen im Körper verursachen kann. Allen voran das Hirn, die Gefässe, das Herz, der Herzinfarkt, häufig eben auch durch eine langjährige, langwierige Hypertonie bedingt, aber auch weitere Schäden, wie zum Beispiel Sehstörungen, Herzrhythmusstörungen, eine Erweiterung der Hauptschlagader, die auch gefährlich, sogar lebensgefährlich enden kann. Also das Problem des Bluthochdrucks ist, dass er Schäden an den Organen, an verschiedenen Organen anrichten kann. Und umso wichtiger ist es eben, dass man einen erhöhten Blutdruck rechtzeitig und frühzeitig erkennt und dann auch therapiert. Das Risiko steigt, je höher der Blutdruck ist oder war, eben wenn man es erst spät entdeckt, und je mehr Nebenerkrankungen man dabei hat. Eine verzugslose und adäquate Behandlung ist deshalb absolut wichtig und zentral. Und da fängt das eigentlich, und der Blutdruck ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, gar nicht unbedingt immer gerade bei einer medikamentösen Therapie an. Lebensstilmassnahmen, so sie denn angezeigt sind, sind sehr, sehr wichtig und sehr, sehr effektiv. Allen voran eine Gewichtskontrolle oder Gewichtsabnahme. Bei übergewichtigen Hypertoniken geht man davon aus, dass pro 10 Kilo Übergewichtsabnahme der Blutdruck bis zu 20 mm Hg reduziert werden kann. Also eine ausgezeichnete Wirkung bei Übergewicht. Ich habe den Alkohol, die Ernährung schon erwähnt. Regelmässiger Alkoholkonsum, die Reduktion eines solchen, führt ebenfalls zu einer Reduktion des Blutdrucks. Regelmässiges Training, Ausdauer, aber auch Krafttraining kann den hohen Blutdruck reduzieren. Dann verschiedene Ernährungstechniken, beispielsweise die mediterrane, die Mittelmeer-Diät ist sehr, sehr effektiv. Und nur wenn man zu viel Salz aufnimmt, dann sollte man auch seinen Salzkonsum etwas reduzieren. Aber Sie sehen, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Pfeile im Köcher, um mit Lebensstilmassnahmen den hohen Blutdruck eben effektiv behandeln zu können. Und dann kommen die Medikamente. Und ich will die überhaupt nicht absprechen. Ich bin der Meinung, dass man frühzeitig Medikamente einsetzen sollte und muss. Ich habe Ihnen über die Spätschäden berichtet. Lebensstilmassnahmen können einige Zeit dauern, eben bis man sein Gewicht reduziert hat. Und da hat man wirklich verschiedene Medikamente zur Verfügung heutzutage. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich glaube, heutzutage ist es tatsächlich so, dass man nicht ein einzelnes Medikament aufdosiert und immer höhere Dosen wählt, bis eben Nebenwirkungen auftreten, sondern man kann verschiedene Medikamente in tiefer Dosis kombinieren und eben beispielsweise in einer Pille verabreichen. Also das ist heute das Regime. Vertrauen Sie Ihren Ärzten, Ihren Ärztinnen und Ärzten in der Therapie. Wenn Lebensstilmassnahmen eben nicht genügen, dann ist eine medikamentöse Therapie angezeigt. Meine Damen und Herren, ich möchte kurz zu Frau Müller, das war die 42-jährige Sportlerin, zurückkommen. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass sie eigentlich normale Blutdruckwerte in Ruhe hatte und dann unter Belastung sehr, sehr hohe Werte zeigte. Nun, was hat es mit diesen hohen Werten auf sich unter Belastung? Normalerweise muss man wissen, braucht er die Muskulatur mehr durch Blutung. Die Gefäße gehen auf, erweiten sich, um Sauerstoff und Nährstoff in die Muskulatur zu kriegen und zumindest der untere Blutdruck nimmt eigentlich ab, während der obere, der systolische Blutdruck, zunimmt. Bei der Belastungshypertonie ist das nicht der Fall. Beide Blutdruckwerte nehmen zu. Es gibt dafür verschiedene Ursachen, die möchte ich nicht im Detail erklären und sind auch nicht entscheidend. Und was entscheidend ist, wenn Sie bei einem Leistungstest eben sehr hohe Blutdruckwerte haben, in Ruhe aber normale Blutdruckwerte, dann sollte man immer den Verdacht auf eine sogenannte maskierte Hypertonie haben. Ich habe es Ihnen vorher gesagt, 10 bis 15 Prozent Häufigkeit. Also sehr, sehr häufig versteckt sich eine Ruhehypertonie in der Belastungshypertonie, so auch bei unserer Patientin. Und bei ihr konnten wir dann in einer 24-Stunden-Blutdruckmessung letztendlich zeigen, dass der Blutdruck eben auch nachts, eben auch ausserhalb der Praxis erhöht ist. Frau Müller hatte also eine sogenannte maskierte Hypertonie, eine Belastungshypertonie, die sie aufdeckte. Und am Schluss keine Ursache, Sie können sich daran erinnern, 90 Prozent genetisch bedingt, eine sogenannte essentielle Hypertonie, die wir sehr, sehr gut mit Medikamenten behandeln konnten. Ja, und unser zweiter Patient, der 64-jährige Herr Mayer, mit seinem Übergewicht, mit seinem zu wenig Sporttreiben und so weiter. Natürlich, bei ihm bieten sich diese Lebensstilmassnahmen an, eine Ernährungs-, eine Trainingstherapie. Herr Mayer hat abgenommen, hat seine Ernährung umgestellt, hat mehr Sport getrieben. Sein Blutdruck ist auch deutlich besser geworden. Doch zum Schluss mussten wir doch eine gewisse medikamentöse Therapie unterstützend einsetzen. Aber auch Herr Mayer hat aktuell sehr, sehr gute Blutdruckwert. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und möchte mit einem kleinen Fazit meinen Vortrag nochmals kurz zusammenfassen. Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit, eine unheimlich häufige Erkrankung, die aber gefährlicherweise leider häufig über Jahre, vielleicht Jahrzehnte verpasst wird. Das Allerwichtigste ist also das Bewusstsein, dass man einen hohen Blutdruck haben könnte und diesen eben regelmäßig zu messen, messen zu lassen und eben auch korrekt zu messen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn man einen hohen Blutdruck hat, wenn die Diagnose gestellt ist, ist es keinesfalls so, dass man direkt mit Medikamenten anfangen muss, sondern man beurteilt immer zuerst mögliche Lebensstilmassnahmen. Ich habe über die Gewichtsabnahme gesprochen, eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, Sport, Ausdauer, auch Krafttraining, wie gesagt. Und diese Massnahmen greifen zum Teil wirklich schon sehr stark. In den allermeisten Fällen müssen wir Medikamente zusätzlich geben, aber heutzutage setzen wir sehr häufig sogenannte Kombinationspräparate ein, also Präparate in tiefer Dosierung, verschiedene Wirksubstanzen, mit denen wir eine optimale Wirkung erreichen können. Meine Damen und Herren, es hat mich sehr gefreut, in den letzten Minuten über die Hypertonie, über den Bluthochdruck zu referieren. Ich hoffe, dass Ihnen mein kleiner Vortrag gefallen hat. Vielen Dank.